Eine Routineuntersuchung hat heute ergeben, dass mein Fruchtwasserstand zu niedrig ist und das Kind sofort per Kaiserschnitt geholt werden muss. Bewegt es sich? Heute nicht so lebhaft. Ein bisschen. Warum sind Sie nicht gekommen? Ich war doch jede Woche hier. Wir müssen das Kind jetzt holen. Bis zuletzt sah es so aus, als könnten wir noch warten. Aber sein Herzschlag wird zunehmend schwächer. Jeder Tag mehr erhöht unnötig das Risiko. Ich hatte jeden Tag mit Wehen gerechnet. Es ist ein Schock, dass ich plötzlich einen Kaiserschnitt brauche. Ich schwitze. Hast du Angst? Ja, klar. Das hat mich kalt erwischt. Ich dachte, wir gehen kurz zum Ultraschall und machen es uns dann zu Hause gemütlich. Auf so eine dramatische Entwicklung sind wir beide nicht vorbereitet. Schau nicht so gestresst. Hast du Angst? Ja. Es darf nicht sterben. Sehr tröstend. Meine Eltern wollten zur Geburt kommen. Plötzlich sind alle meine Pläne für die Katz. Hi Mom. Alles okay? Ich kriege das Baby. Jetzt gleich? Ja, ich habe so wenig Fruchtwasser, dass ein Notkaiserschnitt gemacht wird. Wann kommst du dran? Nach unserem Telefonat. Und wir können nicht da sein. Ich habe Angst. Das brauchst du nicht. Es wird alles gut, hörst du? Ich wäre so gern bei dir. Ja. Und bei meinem neuen Enkel. Du schaffst das. Ich freue mich auf euch und das Baby. Alright, get the baby out. Okay, love you mom. Love you. Okay. Bereit? Ich will nicht, dass unser Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Geht's? Ich habe Angst. Keine Sorge. In meiner Kultur glauben wir, dass eine natürliche Geburt besser ist. Die Mutterliebe wird durch das Ertragen der natürlichen Prozedur stärker. Eine Operation ist vielleicht einfacher, aber die Früchte des natürlichen Weges sind süßer. Hier rein. This is her room. Ich habe Angst. Nicht weinen. Ich bin bei dir. Sieh mich an. Die Ärztin möchte mit dir reden. Wenn sie so weinen, kann ich keine Spinalanästhesie stechen. Dann müssen wir eine Vollnarkose machen. Sei stark. Du schaffst das. Ganz ruhig. Geht's jetzt? Ariella, bitte. Ariella, bitte. Gut? Tief durchatmen. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ist gut, wir machen eine Vollnarkose. Ich habe große Angst um Ariella und das Baby. Sie kriegen jetzt die Narkose. Einverstanden? Sag okay. Okay. Wir müssen das Baby sofort holen. Halt mich. Aber Ariella ist sehr unruhig. In diesem Zustand können wir ihr keine Rückenmarksnarkose legen. So kann die Ärztin dir nicht helfen. Darum muss der Eingriff unter Vollnarkose stattfinden. Gleich geht's besser. Festhalten. Skalpell. Schnitt. 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 Mein Kind in den Händen der Ärzte zu sehen, war eine Riesenerleichterung. Aber ich habe voller Angst darauf gewartet, dass es endlich atmet. Nach der Geburt sollte das Baby eigentlich gleich anfangen zu schreien. Aber als es aus dem Bauch kam, war seine Atmung nicht gut. Es konnte nicht schreien. Als mein Sohn endlich anfing zu schreien, war ich so glücklich. Sobald der Eingriff vorbei ist, wacht die Patientin langsam auf. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Deiner Mama geht es gut. Ich bin so glücklich. Bis zum nächsten Mal.